Mein Name ist Rechtsanwalt Hartmann aus Uranienburg. Es geht nach Verkehrsunfällen häufig um die Frage, wer muss welchen Gutachter bezahlen. Nach einem unverschuldeten Verkehrsunfall haben Sie einen Anspruch darauf, dass erstens der Gutachter Ihrer Wahl Ihren Schaden einschätzt und zweitens die Kosten dieses Gutachters von der Versicherung des Unfallgegners übernommen werden, wenn der Unfall aus Ihrer Sicht unverschuldet war. Etwas anderes gilt nur dann, wenn absolute Bagatellschäden vorliegen, wenn also ein Schaden jenseits der 500 bis 700 Euro vorliegt und das auch auf den ersten Blick erkennbar war. Ansonsten haben Sie einen Anspruch darauf, dass Ihr eigener Gutachter tätig wird und auch seine Kosten ersetzt bekommt. Bitte lassen Sie sich nicht auf den Gutachter des Versicherers verweisen. Sie haben einen Anspruch darauf, Ihren eigenen Sachverständigen auszuwählen.